Preventive breastfeeding Vorbeugen in der Stillzeit According to the latest findings, fish have allergy-preventive effects and should be on the menu twice a week. Fisch hat nach neuesten Erkenntnissen allergie-präventive Effekte und sollte daher zweimal wöchentlich auf dem Speiseplan stehen. Davon mindestens einmal fettreicher Seefisch, wie beispielsweise Hering, Lachs oder Makrele. Kein Zigarettenrauch Beginn your allergy prevention with a smoke-free environment for your child. Beginnen Sie bei der Allergie-Verbeugung mit einem rauchfreien Umfeld für Ihr Kind. Effekte